hier vorm berg ist dann am snipen ich hab ihm kurz gesagt dass er es einlassen soll so viele leute sind wir noch zwei scheiße ich fliege aber ich weiß jetzt gerade nicht wo die zwei sind also einer war auf jeden fall da oben und es ist ein zappler, gib mir den zappler her was hast du jetzt damit weggenommen ich habe ich habe diesen fisch gemacht ja aber das war der der oben stand wahrscheinlich also war es hat er den skin leute ja komm erst mal hier in die zone komm erst mal hier rüber geht das nicht doch doch du musst still danke danke ich habe ich bin voll so aufgenommen aber wie komme ich jetzt da hoch hier warte ich helft hier wo bist du komm her auch bis zu loben hier hast du es noch geschafft aber jetzt werde ich gerade fast von der kante geschlägert muss eine karte aber da kommt er nicht mehr dran so gut das ist ja eh kein bus mehr da genau richtig äh Daniel du musst mal aus dem Sturm kommen ne ich tippe mal dass der da drin ist vielleicht nein doch scheiße dass der wohl drin ist ich tippe mal dass der da unten im gebäude ist weil ich sehe draus halb keinen Moment warum geht der Sturm hier schneller wird schnell genug für dich anscheinend nein das geht doch sonst immer langsamer ne ne also wie gesagt ich tippe mal dass der da unten ist weil sonst wäre ich hier kein da unten nicht mal die karte ja ja das ist schön für uns Daniel sind 8er tics achter tatsache ey mit 8er tics ist das mit dem hammer nein da ist er da ist er längst 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 schieß doch jawoll jawoll so will ich das sehen siegesgeheul bluuuuuuu ihr habt doch eine Waffe ja mach doch mit dann hast du auch eine Waffe kriegst du uns zu loben dir erstmal oder krieg ich mal drei Minuten Pause oder raus rrr 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 Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Und dann bin ich weg. Hallo Wrestling-Opa, willkommen im Stream. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Genau, das ist mein Plan. Sehr schön Wrestling-Opa, sehr schön. Es freut mich doch zu hören. Jetzt muss ich aber ganz unerfällig sein. Oh, cool. Jawohl, das schaffe ich, das schaffe ich. Das haben wir doch richtig gut geschafft. Und tschüss, Ghostbusters. Boah, fast ein ganzes Level hochgekommen. Spiel zum nächsten Mal. Ghostbusters! Und tschüss. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Ich bin ein Geist. Ich bin doch nur ein Geist. Oh. 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 in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop Alles, was ihr braucht.